ja aber eben noch mal schnell das im mode reingepackt damit ist vielleicht nur vielleicht am morgen schon da ist weiß ja nicht wie lange tütsch diesmal braucht und ich liebe schocker so hauptstorien weil wir hier nicht weiterkommen in diesem elendigen ding pass auf und dann spielen wir es heute doch schutzende die reis ist der neue Das ist ein Jumpman. Da muss man hin, wo muss man hin? Da hin. Oh, Blanco. Ich weiß, dafür muss das Nacht werden. Aber wir können da ja schon mal an Ort und Stelle hingehen. Ah, und was ich noch machen will? Charakter. Ähm, ich hätte gern hier einmal. Mit einem schwärzer Stücke den Gegner. Äh. Achso, das haben wir schon, ne? Ne. Ja. 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 Danke. Oh, duftet gut. Mhm. Danke. Hehehe. Hehehe. Lecker, schmecke essen. Mhm. Ah, dafür brauche ich ein neues, äh, anderes großes Muttergen. Gehen. Ja, gut, das hat's. Hm? Und so? Das darf ich verursachen. Machen wir das einmal. Das packen wir einmal da rein. weiter können. Bei Ecn, ne? Ja. Voller Strom. Das würde ich gerne einmal verbessern. Das möchte ich einmal verbessern. Das möchte ich einmal verbessern. Haben wir hier irgendwas? Tränke. Was ist für ein Adrenalin? Okay, war klar, wenn nur eines davon geht. Bomben. Würde ich das gehen einmal? Alkohol. Ach, das sind zwei verschiedene. Ah, okay, das erklärt's. Hm, Dynastien wie ein Winnepunkt der Geschichte. Okay. Ich habe Angst. Pass auf, und dann hast du das Spiel zu Ende. War klar. Na komm, Manga. So einmal bis Mitternacht, ne? Ja? Oh. So kurz, ab Mandela Tuna bespricht die Einzelheiten mit euch. Geralt, gut, dass du hier bist. Bereit, Duntin anzugreifen? Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Duntin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Duntin? Weißt du das? Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee, aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Jetzt eh noch, wer das schaffen. Bis zum nächsten Mal. Vor allem Gerrit und Schleiche. Was geht los? Schnell. Schnappen wir uns Rodericks Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. Aber nur kleine. Wir haben hier schon ein bisschen Übung damit, ne? Irgendwo einbrechen und Wachen töten. Aua, aua, aua. Oha. Oha. Mit nerf. Jo, und Stufe 49. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Er will fliehen. Das kann ich nicht tun. Einen herzverpflichtenden Sicht. Sie bewachen sie wohl nicht. Mein Henker. Schneller, was war das? Da hat diese Küsten auf dem Wagen wo. Ja, komm. Ich gucke das. Im Camp. Das muss Roderick sein. Hat versucht sich nicht. Seid vorsichtig, wenn ihr die Fallen lasst. Da ist jemand. Sie haben die hintere Mauer durchbrochen. Kommt. Jop, haben wir. So, wir nochmal. Jop. Ich glaube, die brennen jetzt auch länger, ne? Nee, du stehst auch auf dem Wagen. Lasschen. Oh, brennt da jemand? Oh, brennt da jemand. Hm, hoppala. Nicht. Naja, du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintriers. Wo sind sie? Wo ist die Gefangene? Die Frau? Was? Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei Ihnen? Eine Frau namens Sienna? Ja. Natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Äh, ja. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Ich. Alter Dummkopf. Ich hätte. Alles für sie getan. Wie immer. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja. Ja. Ihr Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Was? Was wird aus mir? Ja. Helfen oder nicht helfen? Das ist hier die Frage. Hm. Na komm. Ja, das ist so nett. Hier. Rück das auf die Wunde. Das stoppt die Blutung. Ich. Ich danke dir. Das heißt aber nicht, dass du überlebst. Sei nur mal gesagt. Da ist einer. Töte den Schreien. Alter ist er riesig. Wenn die hinten aus dem Nase hier. Okay. Bist du riesig. Verdammt. Oh. Da ist er eine Burg. das kannst du ja gern versuchen aber vor allem mein schwert ist im vergangenen seinem tatstocher der heißt eine hochste geiler name bei ochse letzte chance ergeben euch das hat uns diese riesig bedeutet dass man nur eine große zielschreibe kommt drauf an das bedeutet gleich also auch dass er gut gerüstet ist also noch mehr platz zum rüstung verteilen da fällt mir doch schon wieder ab ach vampire ich muss in den daten sie werden bezahlen für alles recht werden sie das leute hört auf von meiner nase auf zu tauchen dann lassen wir noch was übrig hallo meine erfahrungspunkte danke dann meine du meiner wenn wir meine du willst ja ja ich bin ich erwartet wir dachten du könntest unsere hilfe gebraucht Ich gehe nicht näher. Ich gehe nicht näher. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe etwas ganz, ganz böses Wort. Sie wollten dich töten. Ich... Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Nun, das stimmt ja nicht. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Das frage ich mich auch gerade. Weißt du das? Die Plasche hat irgendeine Bedeutung. Ich habe Odrik getroffen, den Herrn von Dun-Tin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon. Vor allem sie sieht jetzt auch nicht aus, als wäre sie entführt worden. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ja, kommt aber drauf an. Ist ja nicht immer so, dass es Wein was ist. Aber... Wäre möglich. Ja, das ist durchaus möglich. Ja, das ist durchaus möglich. Hm. Ich gebe dir eine Chance. Erzähle uns alles. Ich habe nichts zu erzählen. Hexer, was soll das? Hm. Tut mir leid, Detlev. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Ist die Geheimat Zwilling. Es gab keine Entführung. Sie hatte sie vorgetäuscht, um dich kontrollieren und manipulieren zu können. Du lügst. Er will uns nur gegeneinander ausspielen. Lass. Lass ihn ausreden. Erpresser? Reine Erfindung. Sie hatte alles geplant. Du hast diese Menschen auf ihren Wunsch getötet. Das ist unmöglich. Aber wahr. Tut mir leid, Detlev. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Jep. Oh, sonst würden sie mal unter sich reagieren. Komm nach Tisha Mutna und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Boclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast drei Tage. Ich warte auf dich. Nett. Du bist einfach weggeflogen. Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlev nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Du scheinst noch einen letzten Funken Ehre zu besitzen. Ach, Dadl meinte nur, die sieht ein bisschen aus wie Ciri. Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Ein bisschen älterer mit dunklen Haaren. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen hatten hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht. Meine Schwester ist hier. Findet sie. Gnädige Herrin, das... Ja, ich hätte Ciri auch lieber wieder gesehen. Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sianna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Hier. Rogeric von Dun Thin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Rogeric wurde hintergangen und benutzt. So wie der Vampir. Steht fest, wer seine Geliebte entführt hat? Wir haben herausgefunden, dass Siyana den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Hallo, bezaubernd! Ich kann dir leider nicht sagen, warum die Katzen außer bei Frischers nicht sterben. Bis jetzt nur Frischers hingekriegt. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Das kann nicht sein! Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlef. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Ach, jetzt möchte ich erst mal zu. Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist dir sonst noch jemand ein Vampir? Ja. Wo ist er jetzt? Weg. Er wartet auf Siyana. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Boclaire zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Oder eine Schwester? Wir haben drei Tage, um ihm Siyana zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Die Prinzessin Dr. Mertfors. Du hast drei Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biestes. Wer darfst du dir aufsuchen? Deine Schwester oder er? Sind Peile nicht gerade nett. Der eine ist verblittert. Die haben andere einfach noch rachsüchtig. Wir haben Stufe 50 erreicht. Meinst du, die gnädige Herzogin hat zufrieden? Ich kann hier halt nicht leiden. Sie vergisst nichts. Nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohung. Tja. Äh, heute gibt's kein Golfwirt. Heute ist ja nicht Sonntag. Verwerflich gar. Ähm, morgen gibt's wahrscheinlich wieder Golfwirt. Bist du nervös? Warum sollte ich? Hm. Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Äh, nach Witcher kommt... Das ist erst mal Dead by Daylight. Nur zum Prahlen, wie verfolgen. Die Beta austesten. Die neuen Addons. Die DLC ist besser gesagt. Das ist kein Addon. Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen. Du erinnerst dich? Hm, ja. Ich ruf mal nur mal an, wenn du nehmst. Ich ruf mal an, wenn du nehmst. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Das ist wahrscheinlich deine Mutter anrufen müssen. Wechseln wir also das Thema. Hm. Und wie reagieren deine Kunden? Noch gibt's erst mal ein bisschen Witcher. Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchste Lauch der Herzungen erwartet die Herren. Denn viel Spaß dabei. Bezaubernd. Viel Spaß. Edle Herren. Das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmarin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Hm. Ganz schnell, sehr ruhig. Sianna hat Fehler auf dem Gewissen. Das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Wir haben eine Idee, wenn es ging an. Ich lasse nicht zu, dass sie gelüncht wird. Höchst der lauchte Herzogin. Ich fürchte, die Massen werden sich erheben. Und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort. Und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlef? Wir arbeiten daran, es herauszufinden, edle Herrin. Hältst du mich für schwachsinnig? Das würde mir nicht einfallen. Es ist mir einerlei, woran ihr arbeitet, gearbeitet habt oder noch arbeiten werdet. Ich will Ergebnisse, die es bisher nicht gibt. Das ist plötzlich was denn? Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Was? Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen eine Stimme. Nur die anderen Antworten nehmen. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Ich kann ja jetzt warten und darf stimmen lassen, was ich nehmen soll. Dann hätte die edle Herren wohl keinen Hexer, sondern ihre Hunde auf den Vampir hetzen sollen. Ich glaube, gleich werde ich den Kopf kurzer gemacht. Das Eis unter dir ist dünn, Hexer. Hauch dünn. Du tätest gut daran, deine Worte vorsichtiger zu wählen. Und nun zur Sache. Sag mal, habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat sie Janna Detlef betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns vor allem, dass du glaubst, dass... Ich bin der Kobo, ey. Edle Herren! Vampire! Vampire! Hähne schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann der Natur verteidigt dem Herz meiner Anliegestelle! Warum lebt denn die Herzogin noch? Warum habe ich das Gefühl, dass wir das DLC bald durchhaben? Hier, schwer verletzt, aber Rüstung in Ordnung. Ja, natürlich. Die Grünen greifen nach. Geh reiht an die Arbeit und keine Ausreden mehr. Der Däuchert. Mhh, Däuchchen! Bring sie hier mal aus. Hier haben wir das nun umgelegt, äh, die nun umgelegt. Äh, sie sind einfach durchgerannt und haben mit ihrem Krallen alles niedergelegt. Ich weiß nicht, dass es etwas ging. Mehr haben sie eigentlich nicht getan. Weißt du, und die stehen da einfach nur rum, oder was? Ich wollte was sagen. Oh. Den musst du jetzt nicht verteidigen, oder? Warte mal. Ja, äh, die Vampirkrallen, äh, durchschneiden alles. Vampir. Au! Nein, das ist extra harten Diamanten. Weißt du, bitte, bitte, bitte einfach mal so nebenbei um. Äh, unglaublich. Ja, man merkt's. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Wer ist, du hast den Weg, dass es eine Möglichkeit gibt, Däuchert hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Bleib artig. Das ergibt, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Wir haben keine Zeit. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Siyana befreien. Das ist ein Skandalöse. Ah. Du meinst, Detlef glaubt noch, dass Siyana unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Ja, sollte er vielleicht mal mit anfangen. Du willst Siyana wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Irgendwiderwiderspenstigen, da gibt es auch ein Bühnenstück, du hast. Es ist schwer zu glauben. So, Kultur. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Äh, hauswärts für den Brot gebacken. Mh, lecker Brot. Äh, ne, besonders viel habt ihr nicht verpasst. Selbst wenn ich einverstanden bin, wir haben jetzt gerade mit der Hauptstory weitergemacht. Aber Reeta wäre es niemals. Und die Stadt wird einfach nur von Vampiren überrannt. Aber schön, dass ihr beide wieder da seid. Ich habe jede Menge Vorbehalt. Da ist Nummer zwei und noch Cola. Gut, Cola habe ich aus. Aus, genau. Auch, aber Eis habe ich nicht. Dazu müsste ich in die Garage. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Da haben wir unser Eis verpfiffen. Wenn du es dir nur vornimmst. Ist mir aber zu weit. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Hey. Ich behandle Gräber meist mit Respekt. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Vielleicht macht Fritzus mir ja eins zum Nachtisch. Janas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein. Natürliches Blutvergieß. Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Letzte Vorraten war Vanille-Eis mit Erdbeeren. Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Das war lecker. Herr Larky, bist du irre? Er braucht es nur zu verlangen, in Zeit und Ort festzulegen. Dann muss Detlav erscheinen. Vielen, vielen lieben Dank. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlav herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erst mal finden. Ich will das so lange sagen. Er unsichtbarer erfindet keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Bis es nicht mehr so ist. Aber Leute von mir, Orianna zum Beispiel. Weißt du, sie sind... So lange werde ich das sagen. Ja, das dachte ich mir. Also schön. Schaden wir es längst nicht zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Aber das sieht ein bisschen krumm aus. Das sieht leicht. Naja. Wir denken nicht zweideutig, wir denken nicht zweideutig, wir denken nicht zweideutig. Wir denken nicht zweideutig. ich will dir nicht das schwert auf die brust setzen aber ich muss es wissen wenn ich beschließe gegen dettler zu kämpfen auf wessen seite stehst du dann wenn du meinst dass dein schwert die einzige ich habe ihn abgebissen werde ich dir nicht im weg stehen das weiß ich das ich habe nicht ausgesprochen und nun sagt ich hab's nicht ausgesprochen wirst du tun ich bin ich bin hahnlos ich habe sie ausgesprochen ich habe an eine banane gedacht ja ich habe nur an eine banane gedacht so krumm wie eine banane das ist doch das ich kann er will jetzt geputzt werden ja ich hatte das eingestellt falls es in anderen zusammenhängen kommt deswegen sind gewisse wörter leider gesperrt unter anderem das wort weil ich nicht weiß wie twitch darauf reagiert und falls minderjährige da sind aber da ich das ausgesprochen hat das unter 18 jährige rein können ja so was machen war befreien wir so denken wir drüber nach oder suchen wir oriana 1 2 oder 3 wählen sie jetzt 1 2 oder 3 frotus vielen lieben dank für 1000 bits auch du bist okay die zweite eindeutig tut mir leid ich habe keine zeit erst recht nicht um bizarre pärchen zu therapieren verstehe eskaliert ja schade du weißt was zu tun ist geh zu oriana und bitte sie dich zu dem unsichtbaren zu führen vielleicht ist sie einverstanden und was tust du jetzt was ich kann um die anzahl menschlicher opfer gering zu halten freiter pustümmel unsichtbare ist garantiert nicht über die raben bescheid ich komme und helfe dir selbst dann wenn du gegen dettler kämpfen muss die wölbung ist immer noch da ne bitte nicht diese pustümmel unsicht abwartet ich ja sehe ich genauso in anarki sehe ich genauso so jetzt wird es ein bisschen das eis in die eine auf die eine seite und und die rei die rei die rei im vorrat schwimmern zu das kriegen wir hin das kriegen wir hin eins mhm warte mal hm pfoschus auch bis gleich also pfoschus kriegen wir noch irgendwie hin pfoschus lässt sich einrichten dass er in porat dazu kommt Er scheint. Er scheint. So, Punkte. Das stimmt. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das stimmt.